Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing zur WrestleCrate UK Box. WrestleCrate ist ein monatlicher Service, der euch diese Boxen zuschickt mit allen möglichen Wrestling-Goodies, T-Shirt, DVDs und so weiter. Wir gucken hier jeden Monat rein und wenn ihr euch die Boxen auch bestellen wollt, dann haue ich euch dazu den Link natürlich in die Videobeschreibung. Und mit dem guten Code MartinSendMe bekommst du noch 10% Rabatt. Also auf jeden Fall mal auschecken. Wie immer gibt es in diesen Boxen ein Ansteckpin, dieses Mal diesen hier von einem berühmten Giganten, dessen Namen nicht genannt werden darf. Nein, natürlich soll das Ganze hier Andre the Giant darstellen. Ja, kleiner Ansteckpin für wen auch immer. Dann gibt es wieder eine Heavy Great Champions Figur. So sieht die dieses Mal aus. Das Ganze soll Chris Brooks sein. Hier irgendwie hat die was. Ja, ziemlich lustig. Auch mit dem kleinen Peace-Zeichen am Start. Kann man machen. Dann gibt es mal wieder eine Wrestling-DVDs aus den Indies. Hier auch mit unter anderem Matt Cross mit am Start. Der war ja auch bei der GWF jetzt letztens mit dabei. Und hier haben wir wieder eine Wrestling-DVD. Einfach mal ein bisschen die Indies kennenlernen. Weiter geht es mit einem T-Shirt. Dieses Mal so eins hier. Schönes Design von Flash Morgan Webster. UK-Wrestler auf jeden Fall. Cooles Shirt-Design. Dann gibt es für North Wrestling mal wieder exklusiven Zugang für ein On-Demand-Network. Ein Monat hier exklusiv. Wie so häufig gibt es tausende Wrestling-Networks. Dann haben wir einen Magneten, den ihr euch an den Kühlschrank barren könnt. In Form einer VHS-Kassette. Generation von heute haben gar keinen Plan mehr, was das sein soll. Dann haben wir gleich zwei Autogramme. Für uns Deutsche wahrscheinlich ziemlich cool, da wir den ja alle kennen sollten. Und zwar haben wir hier einmal ein Autogramm vom Ringgeneral Walter. Hier auch das Bild ist richtig cool. Grüße gehen da auf jeden Fall an den guten Walter raus. Und dann haben wir noch ein Autogramm und zwar von X-Pac bzw. Sean Waltman. Je nachdem wie ihr das gerne möchtet. Auch alles Original-Autogramme. Also sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja Freunde, dann war es das wieder mit der WrestleCrate-Box für diesen Monat. Wie gesagt, alle Bestell-Links sind in der Videobeschreibung und der Gutscheincode auch. Also auschecken lohnt sich da denke ich mal schon. Das war es dann erstmal mit dem Video. Vergesst nicht den ganzen Daumen nach oben zu geben. Und natürlich diesen Kanal hier auf YouTube kostenlos zu abonnieren. Ansonsten eure Meinung zu dem Ding gerne mal in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.